DeltaCast Soft ist ein semirigider Polyesterstützverband zur Immobilisierung bei Frakturen und Weichteilverletzungen, die eine funktionelle Ruhigstellung benötigen, jedoch eine rigide Immobilisierung nicht erfordern. Bei Indikationen, die eine Ruhigstellung oder Stabilisierung des Handgelenks erfordern, zum Beispiel stabile distale Radiusfrakturen. Legen Sie die Stellung der Extremität fest, bevor Sie mit dem Anlegen des Verbands beginnen. Das Handgelenk in leichter Dorsalflektion und neutraler, elle Speichedeviation bis leichter Supination. Dank der semirigiden Beschaffenheit von DeltaCast Soft gewährleistet bereits ein dünner Schlauchverband wie DeltaNet Stockinette ausreichende Polsterung bei passgenauem Sitz. Wählen Sie die Breite der DeltaNet Stockinette so, dass sie passgenau anliegt, den Arm des Patienten jedoch nicht einengt. Messen Sie die Länge vom Ellenbogen bis zu den Fingerspitzen ab und schneiden Sie die anderthalbfache Länge zu. Messen Sie aus, wo das Daumenloch liegen muss und machen Sie dort einen kleinen Schnitt mit der Schere. Rollen Sie den Schlauchverband auf, bevor Sie ihn über die Extremität ziehen, um Gleitdruck während des Überziehens zu vermeiden. Rollen Sie ihn dann über den Arm ab und entfernen Sie eventuelle Falten. Schneiden Sie den Schlauchverband in doppelter Daumenlänge zu. Schneiden Sie den Schlauchverband längs ein und ziehen Sie ihn über den Daumen. Schneiden Sie ihn von Distal des Daumens her ein und schlagen Sie ihn um. Bei prominenten Knochenvorsprüngen ist eventuell zusätzliche Polsterung erforderlich. Ziehen Sie Handschuhe an, bevor Sie den Stützverband anlegen. Um optional eine Longette aus Hardcast zur Verstärkung vorzubereiten, messen Sie von der Handfläche bis direkt unterhalb des Handgelenks, schneiden einen Streifen in doppelter Länge zu, falten ihn zweilagig und legen ihn beiseite. Wenn noch festere Verstärkung erforderlich ist, erhöhen Sie die Anzahl der Lagen. Wählen Sie den Stützverband in passender Breite für den Umfang der Extremität. Aktivieren Sie den Deltacastsoft, indem Sie ihn einmal unter Wasser zusammendrücken und einmal über dem Gefäß leicht ausdrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Beginnen Sie mit dem Anlegen von Deltacastsoft am Handgelenk. Schneiden Sie den Verband auf Höhe des Daumengrundgelenks ein, um die Passage zwischen Daumen und Zeigefinger zu erleichtern. Achten Sie beim Umwickeln des Handgelenks darauf, die Schnittenden unterhalb des Daumens zu fixieren. Wickeln Sie mit 50% Überlappung in Richtung des Ellenbogens und schneiden Sie den Verband ab. Glätten Sie den Stützverband und modellieren Sie ihn an. Legen Sie die aktivierte, getauchte Longhette an der Palmarenseite an und streichen Sie sie glatt. Schlagen Sie den Schlauchverband am distalen und am proximalen Ende zurück, um mit weicheren Rändern die Haut zu schützen. Wickeln Sie eine zweite Rolle Deltacastsoft ab, am Handgelenk beginnend. Schneiden Sie den Verband auf Höhe des Daumengrundgelenks ein, um die Passage zwischen Daumen und Zeigefinger zu erleichtern. Achten Sie bei Umwickeln des Handgelenks darauf, die Schnittenden unterhalb des Daumens zu fixieren. Wickeln Sie mit 50% Überlappung in Richtung des Ellenbogens. Dann wieder zurück zum Handgelenk und schneiden Sie den Verband ab. Modellieren Sie den Verband mit der Hand und achten Sie auf den gewünschten Bewegungsgrad sowie potenzielle Reiz- oder Druckpunkte. Deltacastsoft von BSN Medical